Hi, Carsten hier von Body Extreme. Heute mit dem Vital Drink von Best Body. Was ist der Vital Drink? Der Vital Drink ist einfach ein fertiger Sirup, mit dem ihr euch ein Erfrischungsgetränk zubereiten könnt. Hier in dem Fall, es gibt hier die einzelnen Flaschen, es gibt hier diverse Geschmacksrichtungen. Wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht über die Vital Drinks. Oben mit der praktischen Dosierpumpe, wie man das vielleicht aus dem Fitnessstudio kennt. Und hat halt die Möglichkeit, ganz einfach hier sich sein Getränk zuzubereiten. Was ist das Besondere? Jetzt passend zur Frühjahrssaison, quasi hat Best Body einen neuen Geschmack auf den Markt gebracht. Ihr seht es schon an der Farbe, ich merke es auch schon am Geruch, Cola-Geschmack. Cola-Geschmack hat ja in die Supplement-Industrie jetzt so vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren Einzug gehalten bei mehreren Produkten. Und es ist unheimlich beliebt, unheimlich gut angekommen. Und ich finde es einfach super, dass dein Best Body den Vital Drink einfach auch mal die Geschmackspalette erweitert hat. Inhaltsstoffe vom Vital Drinks sind B-Vitamine zugesetzt, es ist Niacin drin, es ist El-Carnitin zugesetzt. Es ist zuckerarm, aspartamfrei. Und ihr habt einfach die Möglichkeit, den Sirup universell zu benutzen. Sei es halt auch für Magerquark, sei es für Frischkäse, was auch immer. Sei es auch fürs Eis, um da mal einen Spritzer drauf zu machen und den Geschmack zu verändern. Ich habe es jetzt mal mit spritzigem Wasser probiert. Man hat wirklich das Gefühl, man trinkt Cola. Geht natürlich auch die Möglichkeit, ganz normal mit stillem Wasser. Macht es euch in einen Shaker rein, wenn ihr im Sommer unterwegs seid. Ihr habt hier wirklich eine kalorienarme Erfrischungsquelle dabei. Einen super neuen Geschmack und ja, Wasser. Man möchte ja auch mal was anderes trinken und hier gibt es eine Vielzahl einfach von Möglichkeiten, wie jeder für seinen Bedarf einfach nutzen kann. Das hat er probiert. Den Vital Drink aus. Cola-Geschmack, absoluter Renner. Ich bin da überzeugt davon. Der geht durch die Decke jetzt im Frühjahr und gibt dem Produkt eine Chance und viel Spaß dabei.